Willkommen in der Revolution! Willkommen in Formula 1! Oder mittendrin auch nochmal auf ein paar persönliche Einschätzungen oder Wünsche eingehen und ja, ich denke, wir fangen sofort mit dem Video an. Ja, was bedeutet das? Ja, ihr könnt es wahrscheinlich auch schon selbst verstehen. F1 2016 wird auf einer Plattform released. Diesen Sommer auf Amazon steht momentan noch der 31.8. Ich denke aber mal, dass es eher vorher kommen wird. In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass es, also das F1 2015 kam ja schon im Juli raus, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste der 10. Juli gewesen sein. Ja, am 11. Juli habe ich das Unboxing-Video gemacht. Ich glaube, am 10. Juli ist es gewesen und ich denke mal, dass das F1 2016 auch deutlich früher als dieser ominöse 31.8. rauskommen wird. Ja, wiederholen wir nochmal, wie der Karriere-Modus aus F1 2015 aufgebaut war. Eigentlich ganz easy. Man startet den Karriere-Modus, wählt seine Karre aus, nicht wie in F1 2013, wo man am Anfang nur eine begrenzte Auswahl an Teams hatte. In F1 2014 konnte man dann wieder alle auswählen, aber man wählte sein Team aus, fuhr dann seine Saison von vorne bis hinten durch und fertig war die Sache. Zwischendurch konnte man dann mal hier und da ein paar Entwicklungsfahrten machen, um seine Leistung zu verbessern, aber im Großen und Ganzen nichts Wildes. In F1 2016 soll das ganz anders aussehen. F1 2016 soll über 10 Saisons gehen und soll einen, ich zitiere, deeper into the world's most glamorous, exciting and prestigious Motorsport bringen. Ja, was bedeutet das konkret? Eigentlich nichts anderes als jedes Jahr. Natürlich, Codemasters verspricht natürlich immer riesige Sachen, was sich verbessern wird und dies das Tralala. Ja, diesmal ist es der beste Karriere-Modus aller Zeiten, letztes Mal war es der beste Karriere-Modus aller Zeiten und davor auch. Also es ist eigentlich immer wieder das gleiche Glaber letztendlich. Man kann nur hoffen, dass es diesmal wirklich der Wahrheit entspricht, sag ich mal. Das ist eigentlich alles ganz schön und gut, nur was mich an dieser Sache stört ist folgendes. Und zwar So, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wirklich dieser Karriere-Modus im Herzen des Spiels sitzt, also quasi, dass Codemasters sich in erster Linie auf den Karriere-Modus fokussiert hat. Und ja, was mich an der ganzen Sache stört, was ich eben sagen wollte, ist, dass der Karriere-Modus für mich persönlich eigentlich nicht das Wichtigste an dem Spiel ist. Denn als wichtigstes Element des Spiels sollte wirklich der Multiplayer liegen, meiner Meinung nach. Denn, ähm, ja, ich mein, gegen reale Leute zu spielen, ähm, das ist doch immer noch ein bisschen spannender und interessanter, als gegen irgendwelche Bots zu spielen. Zumal die Bots auf Legende meistens eh nicht schnell genug sind, um, ähm, auch, ja, ansatzweise mitzukommen, wenn man ein halbwegs vernünftiges Auto fährt. Und ich meine, allein die Tatsache, dass der Karriere-Modus jetzt auf 10 Saisons ausgelegt ist, ich mein, das zeigt ja irgendwie schon, dass wirklich der Karriere-Modus eine zentrale Rolle in diesem Spiel spielt. Und, äh, ich bin ganz ehrlich, ich will mal denjenigen sehen, der wirklich 10 Saisons in diesem Spiel spielen wird. Also ich, ich wette mit euch, das wären, das werden die wenigsten sein, ähm, weil irgendwann wird es einfach langweilig. 10 Saisons, ich bitte euch, das sind 19, 20 Rennen mal 10, also das sind dann, ach du meine Güte, warte, wie viel sind das denn dann? Das sind ja, das sind ja 200 Rennen, 200 Rennen, 200 Rennen, 200 Rennen, die man dann gegen Bots spielt. Klar, man hat natürlich unterschiedliche Teams und hier, dies, das, tralala, aber ich mein, 200 Rennen im Singleplayer-Modus gegen Bots, ich bitte euch. So viel spielen manche Leute nicht mal im Multiplayer, also das ist schon eine Hausnummer, sag ich mal. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, endlich mal ein positiver Punkt, das Safety Car soll wieder zurückkommen ins Spiel. Es war ja wirklich, äh, ein riesiger Hate darum, dass das Safety Car nicht mehr da war in F1 2015 und, äh, zuvor hat es ja auch nie wirklich richtig funktioniert. Also was ich da auf YouTube für, äh, Bug-Videos gesehen hab und so, es war wirklich unglaublich. Äh, es bleibt wirklich nur zu hoffen und ich bete wirklich, dass das Safety Car in diesem Spiel mal anständig funktioniert und dann auch noch mit dem Virtual Safety Car eine neue Sache. Ähm, also ich bin wirklich richtig gespannt, ob das ein, ein dicker Coup wird, den Code Masters sich da überlegt hat. Ähm, ich kann es wirklich nur hoffen und, äh, ja und was Code Masters noch ankündigen wird, das werden wir dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen sehen, hören. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, was bedeutet das? Man kann seinen Helm wieder selbst designen, selbst mit Farben versehen. Das war ja auch ein fehlender Aspekt in F1 2015, der jetzt in F1 2016 wieder aufgegriffen werden soll. Also wirklich eine richtig coole Sache. Ich denke mal, da gibt es keine größeren Verständnisprobleme. Das sollte eigentlich funktionieren, ähm, wie ich das hier verstanden hab, kann man sogar individuell das Helmdesign komplett designen. In vorherigen Spielen war es ja so, dass man vorgefertigte Designs hatte und die dann einfach angewandt hat. Hier sieht es wirklich so aus, als ob man, ähm, ja, als ob man quasi seinen Helm komplett von vorne bis hinten selbst designen kann. Das wäre natürlich eine richtig coole Sache und da habe ich persönlich auch richtig Bock drauf. Ja, die Closed Beta, die ist da seit ein paar Tagen draußen und ich hab mich wirklich für diese Closed Beta auch beworben. Hab auch einen netten, feinen Text geschrieben im Codemasters Forum als Nachricht und mein E-Mail-Adress angegeben. Aber ich bin leider kein Glücklicher gewesen, der die Closed Beta zocken konnte. Tja, Pech gehabt, ähm, nächstes Mal werde ich es wieder versuchen, aber ich bezweifle wirklich, dass es da nochmal eine Closed Beta gibt, weil es ja Leute, äh, gibt, die die Videos hochgeladen haben, obwohl sie den General Terms and Conditions von Codemasters zugestimmt haben, die unter anderem besagt haben, dass man keine Videos veröffentlichen darf. Und das ist natürlich auch ein richtiger, ja, eine richtige Hausnummer, sich das erstens zu trauen und zweitens das überhaupt zu machen, denn das ist einfach assi, sag ich mal. Also, das ist wirklich das allerletzte. Ich meine, Codemasters hat wirklich, äh, ist wirklich dabei, die Community mit einzubeziehen in die Entwicklungsprozesse des Spiels, möchte wirklich, ähm, das Spiel so gut wie möglich machen. Und, äh, ja, dass, das Vertrauen dann quasi so missbraucht wird von einem Beta-Bild, der wirklich nicht groß aussagekräftig ist. Es ist ja quasi nur das Grundgerüst des Spiels. Es ist ein unfertiges Spiel und da geht es wirklich nur darum, die grundlegenden Sachen zu testen und wirklich Community, ähm, Feedback von der Community zu erhalten, um da vielleicht noch kleinere, ähm, Anpassungen durchzuführen. Aber davon dann wirklich, ähm, Videos zu machen und die im Internet zu verbreiten, obwohl man vorher den General Terms und Conditions zugestimmt hat, das ist schon eine richtige Hausnummer. Und, äh, ja, ich denke mal, Codemasters wird die Community damit auch bestrafen, ähm, obwohl es ja wirklich nur eine Handvoll Leute waren, die das quasi verursacht haben, die diese Videos hochgeladen haben. Ähm, aber, äh, ja, kommen wir mal wieder zurück zum Spiel F1 2016. Wir sind jetzt schon am Ende des Videos angelangt. Ich habe jetzt noch ein, zwei Punkte, die ich noch gerne loswerden will. Und zwar, Also, wieder nochmal ein Teil des Karrieremodus, ähm, Ähm, ja, man soll Schlüsselfiguren im Paddock, ähm, rumlaufend sehen oder entdecken. Also, was die damit wirklich groß meinen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt da mal so ein Bernie Ecclestone um die Ecke oder sowas. Also, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall irgendein Karrieremodus-Schnickschnack, der letztendlich nicht wirklich wichtig ist, sag ich mal. Ähm, in erster Linie, wie ich eben schon gesagt habe, wäre mir wichtig, ein funktionierender Multiplayer ohne Bugs, ohne, ähm, Gamecrashes, mit einem ordentlich funktionierenden Safety Car und Virtual Safety Car, ohne irgendwelche Reifen-Bugs, ohne dass die Boxen-Crew einem falschen Reifen aufzieht, ohne dass Leute cutten können und keine Strafen bekommen, ohne dass Leute, äh, die Strecke verlassen und keine Strafen bekommen, ohne dass Leute abgeschossen werden, aber der abgeschossen wurde, bekommt dann eine Strafe und so weiter und so fort. Man kann wirklich nur hoffen und bangen, dass Codemasters dieses Jahr ein einigermaßen Bugfreund, weil das Spiel hinblättert und wirklich mal der Community zeigt, was dieses Entwicklerteam drauf hat. Und, ja, ich freue mich richtig auf F1 2016. Ich sag mal, die Verkündungen sind groß, wie der Output letztlich sein wird, das sehen wir spätestens am 31.8., wie ich am Anfang schon gesagt habe. Ich gehe davon aus, dass es früher rauskommt. Und, äh, ja, wie immer, F1 2016 wird natürlich hier auch auf diesem Kanal hochgeladen, also, falls ihr ihn noch nicht abonniert haben solltet, ah, drückt auf den Abonnieren-Button, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch hier dieses Video gefallen haben sollte. Und ich hoffe, wir sehen uns in F1 2016. Bis dahin, macht's gut und... Ciao!